Hu, hu, und da ist die Ima von ImafröhlichTV. Mensch, ganz was Tolles ist passiert. Die Laura Fernandes, die ganze Liebe, die hat mir einen Chor geschickt, der in meinen Podcast passt, gell? Und die singe ich jetzt endlich mal nach meiner Pfeifen. Hört's einmal. Tolles ist die Ima von Ima. Untertitelung des ZDF, 2020 So ein optimierter Kuh.